Hat deine das bei dir auch gemacht? Ich hab das letzten Jahr gemacht, ich hab fast einen Unfall gebaut. Wir waren auf der Autobahn, meine Mutter sitzt neben mir und sagt, Hör mal, du hörst mir den Kopf! Und ich, Mama! Ich sag, Mama, wieso, warum denn? Ich sag, Mama, ich bin jetzt 36 Jahre alt. Kannst du dich mit dem Daugen? Und ich sag, wieso, du wirst immer mein Kind bleiben. Ich sag, ja, ich weiß, alle Mütter sagen, du wirst immer mein Kind bleiben. Ich sag, nee, mit 36 nicht mehr. Ich bin jetzt wirklich, jetzt ist irgendwann mal Schluss. Hör auf! Siehst du, das ist natürlich, das stinkt. Und am Fleischstoß und am Malbruch. Je nachdem, was die Mama gegessen hat. Furchtbar, ich fand's schrecklich als Kind.